Hallo und Willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Berg. Zeile. 3. September. Als Dr. Crane zu mir kam, glaubte ich, er hätte endlich den Wert seiner enormen Chemiekenntnisse erkannt. Doch nein, immer noch Scarecrow. Durch und durch. Er erfindet eine Formel, die Depressionen heilen oder eine Armee untereinander aufbringen. Ich glaube, das haben wir schon gehört. Um Leute zu erschrecken. Na gut, Dr. Crane. Ich arbeite weiter an Ihrem Cloud. Aber ich arbeite auch weiter an Ihrem Toxin. Ich werde Ihnen zeigen, dass hier Geld zu verdienen ist. Egal wie. Okay. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Berg. Zeile. 20. September. Bitte. Er soll aufhören. Die Menschenversuche führten nicht zum erhofften Durchbruch. Ich will nur nach Hause. Ich will nur nach Hause. Der Cloudburst funktioniert perfekt. Auch wenn ich das zeitweise vor Dr. Crane verheimlicht habe. Ich muss erst deine Formel vervollkommenen. So ein Schwein. Der will mit Angst und Angsttoxine das große Geld machen. Okay. Kannst du starten. Starte. Machen Geld mit der Angst. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Berg. Simon. 2. Oktober. Patient Nummer 4. Zwei Wochen nach dem Kontakt. Wie geht's uns heute, Daniel? Daniel? Daniel. Würden Sie gerne nach Hause? Daniel. Würden Sie gerne nach Hause? Leichte Panik? Dauerhafter Schaden? Das reicht nicht. Hm. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Stag. Simon. 14. Oktober. Endlich Ergebnisse. Genau genommen mussten wir den Patienten fixieren. Nicht wahr, Mr. Huxley? Nein, ich mache euch kalt! Halt alles! Oh, schon fertig. Aber wie kommen wir da rein? Gut. Und hier? Angsttoxin kann gefährlich sein für Sie und Ihre Nächsten. Zu langer Kontakt mit Angsttoxin kann Phasen mit extremen psychologischen Traumata hervorrufen. Ich sage dir, Bats, Sie lassen das Zeug echt immer besser und besser klingen. Äh, durch... Psyropath, Mann. Aber... Wie komme ich da rein? Hm? Alfred, Stag und Scarecrow arbeiteten gemeinsam an einem Projekt namens Cloudburst. Aber wenn dem so ist, Sir, warum greift Scarecrow Stag dann an? Stag muss ihn hintergangen haben. Er ist wegen des Geräts hier. Ich verschaffe dir Zugriff auf Stags Computernetzwerk. Such nach allem, was mit Cloudburst zu tun hat. Ich muss wissen, was das ist. Wie Sie wünschen. Gut. Gut. Und was ist das? Ah, der Computer. Gut. Ob sowas funktionieren würde? So eine... Hole of fake Hand. Ah. Meins. Sehr gut. Und kann man hier durch? Ach. Nein. Hm. Okay, ey. Und das Nächstes... Identifizieren bestätigt. Guten Abend, Mr. Frank. Bitte lasst mich gehen. Ich habe jede Menge Geld. Nicht mal Batman kann uns aufhalten. Aber das hat dich nicht gehindert, Scarecrow noch ein bisschen zu betrügen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein. Noch tut es dir nicht leid. Aber wenn Scarecrow's Toxin in diese Zelle strömt, dann wird es dir leid tun. Oh Gott, nicht. Ich habe gesehen, was das mit deiner Macht. Hilfe! Irgendwer! Wenn ich den Mann mit der Minigun ausschalte, erweckt das nur Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich später um. Okay. Okay, wir müssen den Cloudburst am Raten und wir dürfen Batman nicht zum Boss kommen lassen. Wenn ihr bei einer von den beiden Aufgaben versagt, sorge ich höchstversöhnlich dafür, dass ihr zusammen mit Steak Gas schnüffeln werdet. Verstanden? Okay. Wird los? Wir müssen das Ding aufladen. Schhhhhh. Schlaaaaaf. Gut. Okay. Wo sind noch Leute? Ah, dort drüben. Verdammt, diese Zellen sind schwer. Ja. 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 Geräuschnuss. Unser Werk fast verendet. Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen. Und der Cloudburst fast aufgeladen. Versorgt sich bis dahin weiter mit Energiezellen. Schlaf gut, meine Kleine. Schlaf gut, meine Kleine. ja wo war ist das sie haben den typen hier reingeht ja verdammt ja findet mehr wenn ihr es können fürchtet ihr euch vor dem was passiert wenn der cloudburst aufgeladen ist das müsst ihr nicht ich garantiere für eure sicherheit ihr solltet euch vor den folgen fürchten falls ihr bei der aufladung schaden ja keine angst scarecrow sie werden versagen ok irgendwie muss ich sie geräusch na komm schon und weg bin ich und weg bin ich ja der tote winkel ist mein freund wo der hat mich schon gesehen ok und hier rüber und da rüber gut so so komm schon hier durch verdankt der geht rauf hm 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 ach ja und warum habt ihr mich noch nicht ausgeschaltet ja ich ja 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 und woher willst du das wissen und 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 wo ist das oh oh das kann nur eins bedeuten uns geht die zeit aus sind wir bereit noch nicht der cloud burst muss weiter aufgeladen werden das müssen wir woanders machen evakuierung vorbereiten ok ich habe geld ich geb dir geld ich schwöre wir haben mehr als du also bitte diese penonsen will doch nie es gibt schon leute die es gerne haben würden aber nicht wir jemand da holt mich raus bitte ok äh schi schimpanse bitte das gas kann jeden moment ausströmen ja schimpanse gut geschafft ok aha wo muss der affe hin ganz rüber nein komm kommt so und jetzt du rüber geschafft war eigentlich einfach gut wo haben wir sonst noch etwas was ist das was jemand da holt mich raus bitte oh hier strömt jetzt gas rein cool ja ich glaube hier fehlt noch etwas das gas kann jeden moment ausströmen ja Ouais haa oder bedeuten die roten ja die roten bedeuten wohl wir können sie sofort ja Das könnten wir von der Ferne aus aktivieren. Okay, gut. Ich glaube, hier ist unsere Arbeit getan. Gehen wir noch schnell über alles... Du mit deinem Geld. Was bringt mir Geld? Nichts, nur Probleme. Also, lass mich in Ruhe mit deinem Geld. Wegen Geld bist du ja erst in so einer misslichen Lage gekommen. Also bitte. Gut. Ich komme. Ach ja? Mal schauen. Du hast eine letzte Chance, Deck. Eine. Ich... Ich... Okay, okay. Hör zu. Scarecrow kam zu mir. Er brauchte meine Hilfe mit dem Cloudburst. Wozu dient er? Doch, ne. Nein! Nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich berühren. Der Cloudburst, Deck. Welchen Zweck hat er? Ich... Sie sind überall auf meiner Haut. Sie kriecht auf meinem Gesicht rum. Ich sollte dich deinen Albträumen verlassen. Okay, gut. Schade, aber okay. Oh. Cloudburst Chamber. Gut. Dann gehen wir da rein. Wir gar nicht. Ich entscheide mich. Näher. Nur näher. Dies ist die. Wer ist der echte Scarecrow-Show? Also, wo ist unser erster Teilnehmer? Sie da. Mit den Ohren. Treten Sie ruhig näher. Wie heißen Sie, Sir? Bruce? Also, welcher ist es? Bruce? Knifflig, oder? Hä? Ist es der auf der linken Seite? Oder der auf der rechten? Ich glaube, egal für wen wir uns entscheiden. Die rechte Entscheidung zu treffen ist zu schwer, nicht wahr? Aber was hast du für eine Wahl? Scarecrow links liegen und deine geliebte Stadt zerstören lassen? Du hast sowohl rechts, rechte, sowie links gesagt. Also, ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Egal für wen wir uns entscheiden, es ist falsch. Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du? Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbart? Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Es gibt keinen Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr, Batman. Vielleicht ist es schon passiert. Was? Sieh mich an! Ich bin großartig! Und dieser Körper! Unglaublich, wie stark er ist! Angst! Sie haben Angst. Sie haben also Angst. Aber wie ist jetzt der Joker an der Macht? Das ist wohl Batmans größte Angst. Dass er zum Joker wird. Und deshalb kommt der Joker und versucht. Ja, deshalb ist der Joker die ganze Zeit dabei. Und ja, manipuliert ihn. Versucht ihn einzureden. Und jetzt? Ja, die Augen sind grün. Er hat die Joker Augen. Und jetzt? Unbewaffnet, unbewaffnet. Müssen wir die alle bewusst los schlagen? Na los, kämpf mit mir! Na, komm schon. Wenigstens verteidige ich mich nur. Ja, komm schon. Ja, ich habe diese Männer fast getötet. Und das gleiche passiert mit dir. Erledige ihn. Sieh ihn dir an. Er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Er ist nicht besser als der Kerl. Du musst etwas tun. Du musst ihn aufhalten. Du musst etwas tun. Du musst ihn aufhalten. Gut. Gut. Du musst ihn aufhalten. Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von Laufen gesagt? Ska-Krow Sir, Ska-Krow sendet über ganz Gotham. Sie müssen es sehen. Wie fühlt es sich an, deine Stadt am Rande des Abgrunds zu sehen? Deine Freunde im Griff des Todes? Dieses Mal hast du dich übernommen, Batman, und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körner weicht, wird sie wissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Das glaubst du ja nicht selber. Alfred, er hält Oracle im Unterschlupf in Chinatown fest. Ich bin auf dem Weg dorthin. Bitte beeilen Sie sich. Keiner weiß, was er hier antun wird. Und eins muss man dem Spiel lassen. Geil inszeniert ist es. Wie geil sah denn das bitte aus? Okay, aber zuerst haben wir neue Sachen. Äh, nein, nirgends steht Info. Also müssen wir da weitermachen. Ich dachte, die Fabrik wäre der Plan. Aber jetzt geht es um diesen... Der Cloudburst. Der Cloudburst ist der Plan B. Männer wie Ska-Krow haben immer einen Plan B. Das ist so üblich bei Superschlucken. Ja, okay. Ja, die haben tatsächlich immer einen Plan B, aber... Puh! Das ist doch nichts gegen einen Besseren. Ah, sie reden über Nightwing. Gut, aber kein Problem. Und auch der Plan B ist für Batman kein Problem. Irgendwas ist anders. Ska-Krow wird immer gruseliger, als würde er sich auf irgendwas vor ihm oder so. Ich kann mir ungefähr denken, auf was er sich freut. Ups, daneben. Zu schmettern. Was? Wir hetzen uns hier ab und Crane hat sie schon getötet? Ha! Null Gespür für den Moment. Wir beide wissen, dass Angst Theatralik ist. Also gestatte mir die Freude, diese Show aufzuführen. Oh! Ich habe das Sackgesicht wohl falsch eingeschätzt. Oh, oh! Da kommt das Toxin! Ich kann es fast schmecken! Schnauze-Joker! Was passiert hier? Barbara! Ja, jetzt siehst du es. Das Grauen hinter dem Glas. Das Monster, das dein Ende sein wird. Außer du nimmst diese Waffe und verweigerst es ein. Hör nicht auf ihn! Bitte! Bitte, nein! Barbara! Ich bin's! Dein Freund! Du kriegst mich nicht! Dann lasse ich nicht zu! Ach du Scheisse! Du bringst allen, die dir folgen, den Tod. Ach du Scheisse! Aber... Sir, was geht da vor? Sie ist fort, Alfred. Was meinen Sie? Barbara. Scarecrow hat mich bestraft. Wer hat sie getötet? Nein! Oh nein! Sir! Wir müssen uns konzentrieren. Die Bürger Gothams brauchen sie. Ich hätte sie beschützen müssen, Alfred. Sie ist meinetwegen gestorben. Sir! Danke! Bitte hören Sie! Aus Decks Dateien geht hervor, was der Cloudburst macht. Es ist eine Art Zerstäuber. Sir, sehen Sie denn nicht? Scarecrow hat die Mitte, die ganze Stadt in Angstgas einzuhüllen. Sie haben die Aktivierung verhindert, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sir! Haben Sie verstanden? Hm? Das hat er. Er fragt sich gerade, wie er so weiterleben kann. Master Bruce, lassen Sie Miss Gordons Tod gehen. Er... Der darf nicht umsonst sein. Du kannst sie nicht zurückholen. Lass Onkel Jay übernehmen. Nie mehr dunkle Erinnerungen. Nie mehr Schmerz. Nie mehr Angst. Irrenwort. Ivy. Oh nein! Sir? Alfred, führe einen Satelliten-Scan der Stadt durch. Sag mir sofort, wenn du den Cloudburst hast. Natürlich, Sir. Wo gehen Sie hin? GCPD. Ivy war immun gegen Scarecrow's Gift. Sie glauben, sie wird helfen? Sie hat keine Wahl. Okay. Gut. Ivy also. Aber... Identität, Barbara Gordon. Status verstorben. Einen Moment. Wo ist die Kopfwunde? Da ist keine Kopfwunde. Keine ausrettende Wunde, kein Blut. Sind... Es ist vielleicht alles nur ein Dreck? Oder haben sie daran nicht gedacht? Ich darf mich nicht dem Toxin aussetzen. Blich, warum kommst du nicht rein zu mir? Vielleicht können wir ihr Hirn von der Wand schaben und so das Warum herausfinden. Ich darf mich nicht dem Toxin aussetzen. Vielleicht wurdest du schon ausgesetzt. Sieh dir das an. Vielleicht kam der Toxin schon hier raus. Und du hast dir das vielleicht nur angebildet. Denn... Wie du sehen kannst... Kein Blut. Keine Schusswunde. Nichts. Also... Bei aller Liebe aber... Ach ja. Aber... Zu schade... Dass ich nicht zum gescheiterten Helden wurde. Denn ich glaube, ich hab dein Spiel durchschaut. Von hier aus kann ich Barbara nicht sehen. Wenn ich mich auf diesen Werbetrafen zwischen Riddle und Scarecrow entscheiden muss, nehme ich den Stromausfall. Gute Wahl. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst... Batman Arkham Knight. Tschau Leute.